everybody get your fucking hands up moin leute was geht heute endlich mal wieder ein langersehntes case opening ist ja schon ein bisschen länger her gewesen ich glaube fast zwei wochen wir befinden uns heute auf meinem smurf und mit dabei haben wir natürlich den mr cookies servus leute was geht ab hier ist euer robin aker mr cookies und ja heute bringe ich dem andy ein bisschen glück ja das hoffe ich doch das indische guru glück heute für und wir machen ganz normal wieder standard zehn kisten auf fünf gamma 1 3 gamma 2 eine handschuh und eine wildfire case alles live drin self call heute willst du dir eine kiste aussuchen möchte ich das will ich das weiß nicht gut fangen wir einfach mal an mit der war mit einer gamma 2 an mit einer gamma 2 ich möchte gerne die 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 vierte von links die vierte jetzt machen wir mal hier schauen wir noch mal ich ja sowieso da war die politik die cz habe ich aber gar nicht haben da habe ich dachte vielleicht brauchst du weil ich uns jetzt hätten so noch ein bisschen was helfen unterstützen und so ich mach da mal eine gamma 1 auf da tut ihr keinen zwang an da muss jetzt wird der soll jetzt das minimum drin sein das letzte ist ja also knapp das ist die schönste der solle ist die ich gezogen habe knapp also die ist schon die ist echt sexy man die ist nice so du bist nice äh ich will diesen schlüssel ja ja und ich will ähhhhh what the fuck ist meine maus da die letzte case ok what the fuck komm mal die maus mit ähhhhh komm schon na das wird's oh nein oh nein oh nein wäre ich dir so gegönnt ah die wäre zumindest nicht schlecht gewesen obwohl ich ja lieber die usps spiele egal trotzdem ich mach meine wifi auf ich mach meine wifi auf ja mach mal auf da ist jetzt boah welche nehmen wir ey oh 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 warte 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 ich muss mal kurz meditieren in mich gehen mhm indische ruhe mhm indisches glück mhm und meine engel in mir sagt wir müssen heute diese kiste nehmen diese kiste ok was soll denn da drin sein genau die fuel injector wäre nice die desert eagle wäre nice oder ein bowie knife da wird irgendwas drin sein was du dir von ganzem tiefem herzchen wünschst von ganzem tiefem herzchen ok ja weil dein herz lenkt diese kiste die macht habe ich dir gegeben eine usps jaaa also die wolltest du von ganzem herzchen die wollte ich aber boah ist die abgeranzt alter verwalter die ist ja sowas von battlegaben oh man ist das geil du darfst die nächste ich brauche ein paar handschuhe draußen ist kalt du brauchst ein paar handschuhe draußen ist kalt ja ok dann hoffen wir dass du deine handschuhe bekommst ja es ist ein bisschen kalt draußen komm schon da war was rotes hast du das gesehen ja ich hab's gesehen so ein dreck ah schade 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 nehm wir die mittlere und die mittlere komm schon Mitte und Mitte ergibt äh einen seltenen spezialgegenstand oh man hieß du eine pp beißen ist ein seltenen spezialgegenstand sowas von selten hihihi das ist mit der schönste hihihi guck mal da fragt dich der Armageddon Boba ist das dein Main nein Armageddon das ist nicht mein Main das ist mein Smurf aber du darfst trotzdem mit in der Friendlist bleiben also falls du das Video siehst Armageddon äh schön kommentieren Hashtag das ist nicht sein Main in die Kommentare so 4 Schlüssel verbleibend äh äh Gamma nochmal Gamma ja ok Gamma welche Gamma ähm die goldene Gamma die goldene Gamma 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 komm schon irgendwas Gutes muss doch heute mal drin sein hast du wieder die Infral Dragon rausgeflutscht WAH JA 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 AHHHH atau trotzdem ja net out of johnny ich hab's nicht gesagt der indische Guru Glück ist da der indische Guru Glück ist da alter du bist bei... du bist jetzt bei jedem fucking Case Opening dabei ALTER geil in abgenutzt scheiß der Hund drauf Scheiß die Hund drauf es ist ein Gamma Life HHHHHHHHH krass mein Smurf hat einen Knife Party okay, jetzt machst du die Gabba 2 auf jetzt scheiße ich echt auf alles, was hier noch kommt Gabba 2 und du nimmst die letzte die letzte, die letzte Mann krass da habe ich gar nicht mitgerechnet, dass wirklich ein Knife kommt ich habe es gekocht, man ich habe es nicht umsonst eben meditiert und aufgehofft, mir hilft dann direkt die nächste noch, dann nehmen wir kommen immer die zweite ja, immer die zweite, das ist jetzt scheißegal Mann scheiß auf die CZ scheiß auf die CZ krasse Scheiße oh komm, letzte Schlüssel letzte Geste auf geht's, hau mal raus es könnte trotzdem noch was schönes kommen, aber ja, wird noch das war der Bait aber krasser Scheiß egal ein Gut Knife Autotronic zeig nochmal das gute Ding genau, zeig nochmal das gute Stück hier einfach zu geil weißt was, das gucken wir uns auch noch direkt ingame an weißt du, ich muss wirklich sagen das Gut Knife Autotronic ist für mich eines der schönsten Gut Knives das auf jeden Fall so Mates, da sind wir schon auf der Screenshot Map und gucken uns das gute Ding doch direkt mal an bist du bereit bist du bereit ja man, zeig mir zeig mir das oh, da ist es aber die ist halt echt das sieht echt so geil aus das sieht aber halt fast gar nicht abgenutzt aus es ist halt recht dunkel aber ja, aber trotzdem ist das geil es ist schon echt nice echt ein schönes Knife also wirklich für mich eines der schönsten Gut Knives die es gibt auf jeden Fall total sexy also schon nice wow cool wie gesagt, ne ja, vielen Dank für deinen guten Rat danke schön vertrau den Guru weißt du Bescheid der Guru kommt auf jeden Fall ins nächste Video mit rein Leute, ich hoffe euch hat's gefallen lasst einen Daumen nach oben da lasst einen Kommentar da teilt das Video mit euren Freunden lasst ein fucking Abo auf einem Kanal da Link steht in der Videobeschreibung ganz genau abonniert den Mr. Cookie ja, ich bringe ihm Glück, Alter der braucht noch Abos und macht vielleicht mal bei mir die 100 Abos voll würde mich echt freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder macht's gut out rein servus ciao